Ich gehe vor der Auflösense. Hallo? Ist da wer? Ist da der Döppert? Auflösenes Haus? Da liegen ein Kajak-Sommert um. Dürfte kein Kern. Ist da Döppert? Dürfte wirklich kein Kern, gell? Boah, sind alle da und schau, bis der Dreck konnte ich brauchen, wenn man es lohnt, das war super. Was ist da jetzt, oder? Ich weiß nicht, ob ich heute bin, oder? Hallo? Hallo? Bist da Döppert, das ist interessant. Da ist gar keiner, gell? Hallo, ist da wer? Bist da? Und ab? Oder gut, das heißt dann noch Piste. Ist das auch die Schrift, oder was ist das auch jetzt? Hier? Ja? Das ist ja. Bist du von. Und du bist da? Bist du von? Und du bist da? Ich bin gerade da. Abge�-Bin-Bin-Bin-Bin-Bin-Bin.